Herzlich Willkommen zu einem weiteren Videobeitrag von der Schreinerabteilung der Alpiger Holzbauwagli. Hier im Frümsen haben wir in unserem eigenen gefertigten Holzhaus die Schreinermöbel montiert. Wir sehen gleich den Monteur bei der Montage der Eingangsgarderobe. Wir konnten in der Kundschaft auch noch andere Sachen machen, sei das eine wundervolle Küche, eine Stegenverkleidung mit Lamellen, Bodenbeläge aus einem hochwertigen 3-Stichtparkett und zudem noch weitere Einbaumöbel. In den Bädern haben wir die Duschverglasungen montiert und sauber eingebracht. Wir möchten der Kundschaft herzlich danken und wünschen viel Freude im neuen Zuhause. Wir sehen uns beim nächsten Mal.